hallo freunde der sonne mein name ist walde und herzlich willkommen zurück zu spiderman 2 und wir sind hier in der hall of music wie es aussieht wir haben in der letzten aufnahme session uns alles angeguckt ja mit jedem geredet in diesem raum waren wir allerdings noch nicht und da würde ich jetzt gerne hinein gehen vielleicht können wir noch mehr sehen das können wir das ist das ist richtig richtig cool was machst du denn hier eigentlich alles outfit ist viel zu groß für dich so wir fangen einfach mal hier an und gehen im gegen die gegengesetzten uhrzeigersinn entgegengesetzten uhrzeiger sind so rum längst den hughes jetzt muss man gerade schauen der text gefällt mir auch mal denn wir schwingen auch immer von haus zu haus längst news schrieb gedichte bühnenstücke und romane und besaß während der harlem renaissance großen einfluss er schrieb für und über die afroamerikanische bevölkerung im stil einer afroamerikanischen kunstform jazz seine worte ahmten die für den jazz typischen swing seine rhythmen und wiederholungen nach der very blues von längsten news okay das ist jetzt ein song das will ich euch nicht antun ihr könnt gerne selber lesen und singen wenn ihr möchtet ich lass mal runter scrollen viel spaß beim singen viel spaß so was haben wir hier ist hallo claude mckay konstant musik kann wirklich etwas bewirken claude mckay war ein jamaikanisch amerikanischer dichter und schriftsteller sowie intellektueller und politischer aktivist der in den zwanzigern zu einer leitfigur der harlem renaissance wurde seine gedichte feierten die jamaikanischen kultur die jamaikanische kultur und lehnten sich gegen den rassismus auf denen nach seiner ankunft in den usa erlebte da unten links ist der herr claude mckay alles wahrscheinlich größen die ich persönlich nicht kenne also ich nicht kenne nicht persönlich ich kenne ihr wisst schon was ich meine so hallo natürlich deine mom ist echt was besonderes ist sie kaum zu fassen dass ich als spender ausgabe und dann das museum ausraubte das war wirklich eine frechheit ganz genau wie ist der darren gehört hier her und nicht in das penthouse eines mannes wo nur er sehen kann ich der darren warren ja der hat auf jeden fall so getan als würde er dem museum gut tun stattdessen wollte alles für sich selber einsacken der trecksack wir haben ein ding festgemacht natürlich kann man mit euch reden ja mal jetzt alles da kommen wir gehen mal hierhin es ist echt cool wie manche leute musik machen und gleichzeitig die welt retten absolut diese kombination ist perfekt gabriel jones war im harlem der 30er jahre ein begnadeter jester und trompeter der ehemalige schüler von danny drummer bellerman blieb auch danach noch mit dem musiker befreundet und trat mit ihm auf bevor sie im zweiten weltkrieg zum geheimdienst der us army gingen bellerman wurde von den nationalsozialisten als kriegsgefangener festgehalten und opferte tapfer sein leben um die menschheit vor einem virus zu retten retten dass diese freisetzen wollten jones diente später noch im koreakrieg und legte eine lange und bemerkenswerte karriere bei schild drin bei schild also ja ich verstehe also ein kleiner agent kursen wie hieß der kennt man den jones jones gabriel jones kennt man den vielleicht irgendwoher oder es ist ein verwandter von jacin jones kann das sein ich weiß nicht ich bin mal so und von stadträtin morales sie spricht die ganze zeit wann wir nicht glückwunsch zur ausstellung ich bin froh dass es geklappt hat dank deiner mom und spiderman natürlich natürlich kann froh sein die beiden zu haben dass keiner auf die idee kommt dass das vielleicht spiderman sein könnte ich meine ja kann auch sein da geht es hier etwa noch weit wer bist du auch guck mal hier spider cat ich wollte mir mal das saxophon an seinem rechtmäßigen platz ansehen nur dank dir konnten wir das saxophon wiederfinden ach nein nicht wirklich das verdanken wir spiderman suite nicht der katze naja das war halt teamarbeit ich rolle deinem spiderman mal für mich mache ich ich dachte du willst dir das saxophon angucken das ist echt kein saxophon my friend so ist hier noch irgendwas wunderschöne gemälde und bilder das gefällt mir sehr gut und hier geht die party wie es aussieht da hinten in dem raum waren wir schon was gibt es hier noch wir gucken uns alles an saxophonist charlie parker auch im berg genannte war auch berg genannte war an der entwicklung des bbops beteiligt dieser stil eröffnet der jazzmusik neue möglichkeiten durch tempoerhöhung komplexere akkord folgen sowie mehr freiheit für virtuosität und improvisation ein großer mann wie es aussieht kann man hier mit dansen oder was tanzen ich drücke drei um zu tanzen unten links steht tanzen was tut er die jugend von heute weil ich einfach nicht was tanz ist ich sollte mich zu ende umsehen bevor ich mit marie ja ja ich weiß ich bin ja dabei kann ich mir noch was angucken und google oder oder war es das jetzt also ich habe mir jetzt alles angeguckt kann ich vielleicht immer noch mit irgendjemandem reden darf ich immer durch entschuldigung ich bin spider-man ich glaube wir haben alles wir haben uns alles angeguckt wir reden mit mom hey mom das hört sich sehr gut an jetzt hör mal was wenn wir uns nächstes mal richtig zusammen tun ich mit eigenem anzug vielleicht was glitzerndes oder musik ja so ein paar moves hat die mom ja drauf da sind wir wieder eine community wir haben direkt eine trophäe bekommen und 1200 ep bekommen das ist neue anzug freigeschaltet klang der stadt anzug du kannst sie leisten eine anzug technologie ja 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 aber was war das für ein anzug klang der stadt wo ist denn der anzug der ist der ist hier ganz unten wir brauchen nicht mal was dafür herzustellen oder was doch ich muss den herstellen ich dachte den haben wir so weiß was die ziehen wir an wir bleiben natürlich rot es ist ja mit dem hut es sei der knaller ja ich weiß wir sind nicht die reihenfolge gegangen aber ich dachte mir hey wir sind jetzt einfach der jazzmusiker der city jaz man sehr sehr cool harlem cultural center das war echt cool dass man sich alles angucken konnte hat mir sehr sehr gut gefallen oh wir müssen was können wir denn hier in dem viertel noch machen wir haben jägeransätze alle wir haben die fotos alle gemacht eine jägerbasis haben wir noch und ein spider bot haben wir noch hier ansonsten zwei sachen die noch gesperrt sind weißt du was um wieder in den kampf zu kommen ja ich habe das schon ein paar tage nicht gespielt natürlich ihr kennt mich würde ich gerne einfach mal ein bisschen kämpfen gehen der shit man was das war teil meines spinnen trainings zumindest zahlen sich die infos aus hier verbessern sie alle waffen für ihre fahrzeuge in meinem blog sicher nicht finde die konsole und schaltige schütze aus okay das sollte gar nicht so laufen wie es läuft aber ein bisschen kämpfen tut uns auch mal ganz gut denke ich es geht nie ab haben wir noch irgendwelche gegner hier hallo freunde ich bin's die spiderman muss ich alle hier besiegen alle lassen echt viele vielleicht können wir die ein bisschen im stealth erledigen wie wäre es denn damit kann ich den der ist sicher alles das was ich sicher machen kann auf jeden fall so oh ja hier das ist ein etwas größeres gelände wie es aussieht gefahren gefahren vielleicht kann ich euch ja irgendwie weg locken das war eure bewegung jetzt nur noch die zwei ja gut wenn es so ist die haben mich verarscht nur noch wir ok ok der da oben nervt die eigentlich alle wieder ja 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 zurück in den schatten dürfen mich nicht sehen eigentlich das ist eigentlich blöd was ich hier tue ging so viel auf einmal kämpfen ich bin nirgendwo boah da sind das viele jetzt und den dicken muss ich auch irgendwie erledigen moment wie könnte ich die jetzt so ein bisschen gott ich habe was im hals wie könnte ich jetzt ein bisschen auseinander boxen ist das möglich es sind schon viele das war scheiß drauf nein ich bin voll daneben gesprungen ja ich muss leider heilen und scheiße ich kann nicht heilen das das hat sie wohl verdammte kacke okay ich merke ich muss ein bisschen üben ich würde gern ein bisschen üben und diese basis gleich noch mal machen weil ich komme überhaupt nicht klar auf auf die steuerung paar tage weg gewesen und dann und dann sowas bis gleich so ich bin ein paar mal hart aufs maul geflogen also wirklich hart aber mittlerweile habe ich die steuerung so ein bisschen wieder drauf wir probieren es finde die konsole und schaltige schütze aus muss ich wohl mit fäusten und füsten kämpfen aber ja man merkt ich habe die steuerung voll drauf war da der dicke schon okay gut läuft gut ich sollte erstmal den sniper da oben mehr schnappen läuft läuft sehr gut sogar erstmal hin hier der verdirbt mir meine ganzen angriffe jungen der da oben nervt nervt hart der hat hinter sich da ist noch einer den da hinten muss ich mich schnappen okay wieder zurück ins geschehen oder jetzt wieder hier das tust du wohl mein guter der dicke ist eine nervensäge ohne ende hat ich schon mal gesagt dass ich hart aufs maul geflogen bin das ist eines dieser mal gewesen ok probieren wir es noch mal diesmal aber mit ein bisschen mehr stil vielleicht ich versuche es mal ich versuche ein bisschen steam reinzubringen ob ich das hinbekomme ist denn noch jemand hallo hallo ich sehe niemanden doch da ich muss wieder weg das war das ja alle jetzt das ist nicht optimal dass der beste run bisher versuchen wir uns weiter ein zu schleichen oder ist noch einer finde die konsole und schaltige schütze aus ok die konsole welche konsole die konsole alter wie wir uns selber hier hoch katapultiert noch zwei geschütze übrigen ok cool was geht denn ok ja ich meine klar hier war nichts mehr mit stell oh ja warum noch nicht ein natz interessiert dass ich das ding jetzt hier genutzt habe ich muss ich muss ich muss ich muss ich brauche meine kräfte wichtig ja komm greift meine an hat einer von der stärkung gerufen nicht cool etwas schießt netze ist dein ernst du warst schon wer wir sind okay wir müssen hat einer von der verstärkung gerufen nicht cool komm her okay so viele sind das hier gar nicht mehr es läuft ganz ganz okay direkt entwaffelt bin ich nice dieses blocken wichtig auf fliegt in der luft okay aber den dicken mittlerweile erwischt ich glaube schon ne 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 wo willst du denn was ist das okay da hinten ist noch so ein ding was ich zerstören kann mache ich direkt mal nur noch ein geschützt ist übrig okay ja ne 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 vergiss es tschüss das läuft doch ganz nett wo ich das nächste geschütz das nächste geschütz ist kommunikationszentrale haben jetzt zerstört ok nice aber wo wo ist die letzte ist ja hier irgendwo sein die müsste auch hier irgendwo sein das habe ich was nun diese zwei pfeile hier das sind auch gegner oder wahrscheinlich da seid ihr das war das war ein bisschen härter aber kriegen wir hin ach hier direkt nein okay okay war es okay ist das über uns das ist hier oben ähm hallo hallo achso hier ist aber niemand was haben wir denn hier schönes welche info bekommen wir über welchen kravinov kleine anna du suchst eine herausforderung willst endlich wieder furcht spüren ich werde dir zeigen was furcht ist vater solche versprechungen hat dein bruder auch gemacht dann los mach mir angst jeder der sich mir in den weg stellt er leidet das gleiche schicksal wie ned rocci tatsächlich vier punkte haben wir sie war nur im weg dann war vladimir wohl auch kein problem für dich ich lebe für die jagd wenn du wirklich der richtige bist lass uns mal sehen ob du wolgo grad wohlbehalten verlässt oh oh mein gott crazy seine gesamte familie absolut wir haben uns die ganze zeit auf sie vorbereitet und dann vernichten sie sich gegenseitig und kraven jagt einfach weiter na gut dass er seine basen nicht mehr nutzen kann haben wir jetzt alle basen zerstört suchen und vernichten das grausamste spielanzug was ist das ich bekomme hier lauter neue anzüge ich sehe aus wie ein kravinov weißt du was das zieh mir an das fand ich ganz geil hier habe ich übrigens nur die varianten hergestellt war gar nicht notwendig das ziehe ich an weil wir können anzugtechnologie was können wir denn hier machen geräte und fertigkeiten erstmal die fertigkeiten wir haben vier punkte die ich verbraten kann und das würde ich gerne vielleicht wieder für beide macht das sinn ein höherer kombo zähler erhöht die fokus zuwachsrate nehm ich erhöht die zuwachsrate für symbiotenwelle und mega venom attacke boah können wir mal machen irgendwann durch l1 und dreieck für ein spider sprint beim schwingen oder gleiten für ein spider sprint das werde ich bestimmt vergessen ich kenne mich beim schwingen drücke l1 und x das müsste ich eigentlich mal mir angewöhnen dass ich das mal nutze beides so was das hier achso das okay das brauche ich nicht wir haben noch einen punkt damit knalle ich mir äh eine von den fertigkeiten rein von miles wir sind ja momentan miles was haben wir hier donnerstoß erhält eine zweite ladung absolut bitte her damit wir brauchen alles geräte sind erschwinglich wie ich sehe mhm was nutze ich denn momentan so höhenflug wirft mehrere gegner in die luft um sie anfällig für luftkombos oder zu bodenreißen angriffe zu machen ja sollten wir verbessern denn hier ein stärkerer stoß lässt projektile brecher hochheben brecher interessant erhöht das schussmaximum 1 nehme ich mit und erhöht die anzahl an projektilen in einer salve salve beim abfeuern des geräts entsteht ein zusätzlicher stoß der gegner weg stößt ja her damit wir können immer noch sachen machen netzgreifer anzahl der gegriffenen gegner von 4 auf 6 und netzgreifer projektile werden zu elektrifizierenden wurf objekten was wirft mit l1 und r1 um gegner unter strom zu setzen ich hoffe ich denke dran ich kenne mich doch erschütterungsstoß was ist das denn ich mache erstmal hier die sachen die wir haben gegner werden noch weiter zurück gestoßen wenn sie vom abprallnetz eingesponnen sind alter wie viele haben wir denn noch zwei punkte noch ne erhöht das schussmaximum 1 und erhöht die anzahl der abprallnetze sprünge zwischen den zielen und natürlich der erste schuss stößt gegner mit mehr kraft zurück und spinnt brecher sofort ein okay das können wir jetzt nicht mehr machen schade aber fast alles haben wir verbessert anzugtechnologie können wir somit nicht machen hätte ich das mal lieber gemacht ne ein bisschen mehr schaden ein bisschen mehr gesundheit machen wir noch anzüge anzüge für peter was hat er denn momentan an oh schön ich weiß nicht haben wir haben wir den schon oh oh a new universe noir anzug dem werden wir sowas von herstellen aber erst wenn wir als peter rumlaufen letzte jagd anzug freigeschaltet ja ja habe ich ja an sieht ganz nett aus mit dem fell und so so ich würde sagen wir gucken was wir hier noch machen können ähm außer die spider bots können wir hier momentan noch nichts machen und hier ist die haupt mission haben wir denn noch eine neben mission oh wir haben hier noch was neben mission haben wir tatsächlich aktuell keine und hier kommen wir bestimmt noch mal dran vorbei ich würde sagen wir gehen auf die haupt story wir gehen auf die haupt story wir schauen uns das spektakel an ok moment ich probiere das mal aus oh das hat gut geklappt ok das ist diese aufgeladenen dinger die muss ich noch lernen ja kriegen wir hin ich bin momentan noch ein bisschen ein bisschen altbacken mit meiner steuerung ich muss ich muss ein bisschen aufstocken da oben geht zur haupt mission hallo da hoch hallo da werden wir untersuche die was untersuche den sender was das ding ist der sender du bist du? fast hier ja die ja das ist das ist und du